Ich fange gerade an, die Oberfläche von dem zu kratzen, was mich wirklich glücklich macht. Und es hat eine Weile gedauert, bis ich zugegeben habe, dass es Spaß macht. Mich wie ein kleines Kind zu benehmen und ein Idiot und ein Punk zu sein. 97% der Leute, die zu früh aufgehört haben, sind bei den 3% Angestellten nie aufgegeben haben. Sei dankbar für die schweren Zeiten, denn sie haben dich gemacht. Jeder hat etwas durchgemacht, das ihn so verändert hat, dass er nie wieder zu der Person zurückkehren konnte, die er einmal war. Ich möchte ein Idiot sein, wie der Rest meiner Freunde, und Spaß haben und mich nicht um die Konsequenzen kümmern. Aber ich kann es jetzt einfach nicht. Ich bin 97% sicher, dass du mich nicht magst. Aber ich bin 100% sicher, dass es mir egal ist. Genug ist genug. Die Wahrheit ist, dass der Alarm unseres Planeten jetzt losgeht und es Zeit ist, aufzuwachen und Maßnahmen zu ergreifen. Wenn sie das tun können, was sie am besten können und glücklich sind, sind sie im Leben weiter als die meisten Menschen. Um zu den besten 1% zu gehören, müssen sie das tun, was die 99% nicht tun. Brüder müssen sich nicht unbedingt gegenseitig etwas sagen. Sie können in einem Raum sitzen und zusammen sein und sich einfach nur rundum wohlfühlen. Und dann gehen wir in einem Raum sitzen und했어요. Und dann gehen wir in einem Raum sitzen. Ich möchte ihn einen Raum setzen. Ich will nur noch- und ப das Drei. Und dann? Ich will ja auch nicht. Und dann? Ich will endlich mal schauen. Ich will ja auch nicht gewinnen. Ich will das nicht. Ich will niemals sein. Ist auch nicht wahr.